hi und herzlich willkommen zum business kung fu podcast mein name ist marco siebert und ich mache meine reise in den bereichen erfolg unternehmertum und persönlichkeitsentwicklung zu deiner reise begleite mich und deine live aus meinen fehlern erfolgen und erkenntnissen um dein leben auf die überholspur zu bringen hallo hier ist der marco und heute geht es um das thema was haben geld social media und alkohol gemeinsam man würde ihnen nachsagen sie verderben den charakter allesamt doch ist das so also ich hatte eine zeit lang echt wirklich probleme gerade mit dem thema facebook weil ich festgestellt habe gerade wenn ich in verschiedenen gruppen unterwegs bin ja gerade wenn es auch um kontroversere themen geht da drin die ich mir mal durchlese da ist ja die meinungsvielfalt doch relativ groß beziehungsweise der umgang miteinander dafür halt extrem unterirdisch ja also das ist eine sache wo ich mir dann dachte meine güte das ist ja unglaublich wie wie die menschen sich entwickelt haben in der letzten zeit so würden die niemals in der öffentlichkeit miteinander umgehen und das war halt eine sache die mich schon sehr schockiert hat also die umgangsweise miteinander ich habe das früher schon mal gesehen so internetforen also scheint immer dann aufzukommen wenn so ja eine vermeintliche anonymität da ist dass man sich quasi hinter einem nickname verstecken kann wobei es bei facebook ja häufig so ist dass auch die klarnamen dastehen ja aber scheinbar ist es so diese diese elektronische firewall dazwischen ja so dieser ja dieser vermeintliche die vermeintliche distanz dieser schleier oder wie auch immer man es nennen will dieser puffer den wir dazwischen haben der für manche menschen scheinbar dafür sorgt dass die ja das das schlechteste aus sich herauskehren können ja jetzt ist halt die frage bei allen drei dingen wenn man sich die betrachtet ja was passiert denn zum beispiel bei social media das habe ich ja schon so ein bisschen ange angerissen ja da haben wir im prinzip so eine art firewall dazwischen ja so eine art puffer schleier wie auch immer man das sehen will der zumindest irgendwie dafür sorgt dass einige menschen stärker aus sich heraus gehen oder dass sich ihr charakter ins negative dreht wie auch immer man das sehen möchte ähnliches beim thema geld ja weil es heißt ja so oft im volksmund geld verdirbt den charakter wo man sich dann auch wieder fragt ist das denn wirklich so verdirbt geld wirklich den charakter ja man sieht dann menschen die kommen dann zu reichtum und dann benehmen sie sich absolut unterirdisch also richtig auch abwertend gegenüber anderen menschen die eben etwas weniger haben oder auch gegenüber ihrem ehemaligen freundeskreis gegenüber ihrer familie wie auch immer und ja und alkohol was macht alkohol alkohol enthemmt und ich denke dass all diese drei faktoren auf eine sache hinauslaufen so also sowohl social media als auch geld als auch alkohol haben eine sache gemeinsam die verderben nicht den charakter die sind ein spiegel die zeigen den charakter denn was macht alkohol alkohol enthemmt das heißt die eigenschaften die man in sich drin hat die man vorher unterdrückt hat diese unterdrückung das dieses dieses diese hemmung ist durch den alkohol ausgeschaltet das heißt da zeigt sich dann der wirkliche charakter und das gleiche gilt auch für das thema geld ja in dem moment fühlt man sich ein stück weit überlegen oder unberührbar und wenn du menschen macht gibst ja dass sie so eine art von überlegenheit haben in dem moment zeigt sich deren wahrer charakter ja natürlich es gibt immer mal extrem situationen im leben ja wenn man sich da mal so ein paar dinge betrachtet es gab ja auch experimente beispielsweise zu dem thema schon es gab extrem situationen was vielleicht bekannt ist ja dass menschen zu kannibalen wurden als sie zum beispiel im flugzeug abgestürzt sind in einem gebirge vereisten und verschneiden und keine nahrung hatten ja dass sie dann quasi ihre toten gegessen haben ist eine extrem situation ja aber man hat auch experimente gemacht vielleicht kennt der ein oder andere auch den film das experiment das war glaube ich damals mit til schweiger glaube ich noch und das basiert ja auf einem realen experiment wo prinzip ja testteilnehmer gesucht wurden um zwei gruppen in einem gefängnis darzustellen ja die ein sie wurden dann ausgelost wer was ist welche rolle übernimmt die einen waren die insassen die anderen waren die wärter am anfang lief das noch so wie ein spiel bis der versuch abgebrochen werden musste weil es dann ernst wurde weil die wärter ihre machtposition massiv missbraucht haben damit der zeit sprich also der charakter kann sich schon auch massiv verändern abhängig von der situation in der man ist wobei auch da sich dann immer wieder zeigt wie ist denn der charakter im hintergrund wie ist der wirklich ja und das gleiche gilt ja auch für für den bereich social media das ist eine sehr spannende sache und ich schaue mir das auch immer gern mal an dass ich in bestimmte gruppen reingehe auf facebook zum beispiel oder auch auf der seite gute frage punkt net nach bestimmten themen schaue oder auf twitter bestimmtes thema eingebe ja und mir dann anschauen was da passiert und wenn ich dann sehe wie diese menschen miteinander umgehen also ich kann mir nicht vorstellen dass das draußen face to face also wirklich wenn die menschen sich gegenüber stehen würden dass sie das sich das dann genauso trauen würden in dem moment ja weil dann eine ganz andere person gegenüber steht dann auch in dem moment und diese hemmschwelle plötzlich wieder da ist ja und deshalb wie ist das bei dir in deinem umfeld hast du menschen in deinem umfeld wo du merkst in dem moment wenn du wenn sie über zum beispiel über soziale medien kommunizieren verändern sie sich ja über social media über messenger oder wie auch immer dass dann ihr verhalten plötzlich ins negativ rutscht oder zum beispiel auch wenn das menschen die zu geld gekommen sind sich plötzlich massiv verändert haben oder du machst mit leuten auf einer party und du hast vielleicht einen guten freund eine gute freundin und sobald da ein bisschen alkohol getrunken wurde verändert sich der charakter massiv ja und ich habe das selbst schon erlebt bei freunden gar nicht so sehr aber bei arbeitskollegen damaligen habe ich das erlebt und habe das immer dann mitbekommen auch dass die dann regelmäßig auch in schlägereien verwickelt waren das heißt in dem moment wenn da ein bisschen alkohol im spiel war dann wurde das immer extremer und ja also das ist im grunde wenn man sich das genau betrachtet hat das nichts zu tun mit dem ja mit mit der substanz oder mit dem medium oder mit dem geld ja sondern das dann ist jedes dieser elemente ist im prinzip ein katalysator das heißt es wird entweder etwas ja es wird ein vermeintlicher schutz aufgebaut es wird eine überlegenheit suggeriert oder es wird enthemmt das sind die drei faktoren die dann stattfinden und ich empfinde es als sehr interessant und sehr spannend weil du dadurch genau sehen kannst wie der charakter im hintergrund funktioniert ja alkohol verändert den charakter nicht ja also solange ich sage mal dass der mensch kein schwerster alkoholiker ist mit schwerstem suchtverhalten und schon neurologische schäden aufgetreten sind sprich das gehirn ist schon schwer geschädigt zum beispiel ja okay ja ist eine andere situation oder hat ein suchtverhalten hat natürlich hinten dran ist auch bei social media gibt es das ja ist nur die frage muss sich deswegen der charakter so uns negative drehen in dem moment ja also immer wenn ich menschen habe und ich sehe dann in dem moment wenn sie sie tragen einen teuren anzug in anfangs zeichen sie fahren ein teures auto sie können sich offensichtlich profilieren mit irgendwas und dadurch verändert sich der charakter ganz massiv und da ist halt die frage verändert der sich wirklich oder ist das eigentlich der echte charakter der dann raus will in dem moment das gibt es ja in allen bereichen das gibt es ja in allen bereichen die sehe das ja auch gesagt dadurch dass ich aus dem kampfkunstbereich komme wenn ich mir auf social media social media ja ja im prinzip ja auch aber wenn ich mir auf youtube zum beispiel videos anschaue sagen wir mal zum thema irgendein kung fu training oder sowas hast du dann irgendeinen meister ja gerade wenn es deutsche sind zum beispiel ja zumindest sehen sie sich als meister sobald da irgendwie eine gratuierung da ist eine etwas höhere dann wird sich da extrem viel häufig darauf eingebildet auch wenn die fähigkeiten gar nicht dem entsprechen was sie eigentlich sein sollten und es wird einfach viel über status gearbeitet in dem moment ja mit viel über über den vermeintlichen status wird da gearbeitet und ja es geht dort scheinbar weniger wirklich um die werte die man wirklich vertritt die man hat sondern vielmehr um das was man nach außen repräsentieren kann sprich es ist keine tiefe hinten dran und wo der sinn fehlt im leben ja wo der der sinn fehlt und die aufgabe fehlt im leben da muss diese lücke mit irgendwas gefüllt werden ja und das ist natürlich einmal ein stück weit frustration das habe ich leider auch schon mehrfach erlebt jetzt nicht unbedingt bei mir klar frustration kenne ich auch wenn es nicht so läuft wie man sich das vorstellt jeder kennt diese dieser phasen ja aber ich hätte jetzt nicht also hat man noch nie jemand bestätigt dass sich deswegen mein charakter verändern würde weil ich bleibe da gleich ob ich jetzt ja irgendwelche vorteile gerade habe oder ob das ob es gerade nicht so gut läuft da verändert sich bei mir nicht wirklich was ja die stimmung ein bisschen aber der umgang mit den mitmenschen ändert sich deswegen nicht aber es scheint in der gesellschaft generell so zu sein dass so ein paar dinge ganz interessanterweise einen schönen spiegel darstellen können ja vielleicht fallen dir auch noch so ein paar spiegel ein wo du merkst dass dein umfeld deine freunde deine bekannten verwandten oder kollegen sich plötzlich ganz massiv verändern in dem moment wenn ja wenn sie in kontakt kommen mit sowas wie den sozialen medien in dem moment ja gut ich hätte es fast gesagt wenn sich ein paar leute zusammen rotten so stammtisch technisch aber das ist einfach ja das ist halt dieses mitläufer syndrom dann dem moment man möchte ja dazugehören und häufig verbiegt man sich dann auch ein stück weit ist ja die frage wie ja profilierend das sind so die faktoren ja die halt sehr gut den charakter zeigen also wie gesagt geld verdirbt nicht den charakter alkohol ebenfalls nicht wenn man nicht exzessiv lange zu sich nimmt und ja social media auch nicht insofern ist halt die frage ist das was häufig in der öffentlichkeit propagiert wird ja da muss dann mehr eingeschränkt werden da muss dann da mehr reglementiert werden und social media muss mehr eingeschränkt werden ist das der richtige weg oder sucht sich das nur einen anderen kanal danach ja es sucht sich dann dieser ganze frust und diese ganze ja diese lehre die vielleicht in den menschen drin steckt oder halt dieser charakter der sich nie wirklich ausbilden konnte suchte sich vielleicht einen anderen weg um sich auszudrücken das ist die frage ja das war jetzt mal so ein paar paar wie soll ich sagen ja so ein paar tiefere gedanken zu dem thema ja es einfach weil mir das in der letzten zeit so extrem aufgefallen ist also gerade im social media bereich wo ich ja auch relativ aktiv bin da habe ich so viele dinge gesehen auch von menschen mit denen ich früher viel zu tun hatte ja die ich im freundeskreis oder sagen wir bekannten kreis ist gar nicht mal freundeskreis aber im bekannten kreis hatte man hat ja früher alles geettet zum beispiel auf facebook was man kannte oder kennt ja das war ja volkssport dass man möglichst große freundesliste hat die ich dann wieder massiv reduziert habe mit den jahren weil ich teilweise auch diese kommentare im im zentralen feed der in der mitte darunter läuft ich konnte nicht mehr lesen es ging nicht mehr ich konnte es nicht mehr sehen und es ging wirklich so weit dass ich mir in meinem browser eine app installiert habe also ein plugin installiert habe der heißt kill newsfeed also bei facebook geht das dann ich glaube das ist für einen chrome browser für google chrome browser den ich benutze und gibt es eine app also ein plugin kein upgrade also ein plugin das heißt wirklich kill newsfeed und ich sehe diesen newsfeed nicht mehr ja ich sehe zwar noch oben benachrichtigungen also wenn irgendwas kommt also in rot oben das symbol das sehe ich noch ich kann über smartphone kann ich noch drin lesen wenn ich das möchte aber ich muss sagen das hat mir sehr gut getan das auszublenden weil gerade wenn es bekannte sind ja oder ehemalige freunde und du siehst was hier einstellungen da plötzlich rauskommen und wie dann diese menschen teilweise auf kommentare oder auf verschiedene andere nachrichten und post reagieren dann denke ich mir kenne ich diese person überhaupt ja und das ist das ist eine sache die macht mich sehr nachdenklich ja okay na gut damit soll es soll es das auch erst mal gewesen sein ich wünsche dir alles gute wünsche dir noch ein paar schöne besinnliche tage das war jetzt auch ein bisschen besinnung gerade ja ich werde immer so ein bisschen nachdenklich so um diese jahreszeit und da kommen so ein paar gedanken hoch wo ich mir auch denke okay ich sollte die materie mit den leuten vielleicht geht es ja ein paar von euch ganz ähnlich dass ihr auch solche erfahrungen gesammelt habt okay also ich wünsche euch alles gute und falls wir uns nicht mehr hören einen guten rutsch ins neue jahr aber eine folge müsste eigentlich noch zwischendrin kommen insofern ich denke wir hören zum nächsten podcast noch mal macht's gut vielen dank dass du dir meinen podcast angehört hast wenn er dir gefallen hat dann gib ihm noch bitte eine fünf sterne bewertung empfiehle ihn weiter und kommentiere ihn ich würde mich sehr freuen wenn du mir auf instagram folgst um eine exklusiven business kung fu community facebook gruppe beitrittst alle infos findest du unten in den show notes